Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge MLS 22 auf der Frühling. Einen wunderschönen guten Tag. So, erstes Video. Oh, ich guck mal, wir haben Kundschaft. Hallo, die gute Frau. Wir haben leider noch nichts zu verkaufen, aber gucken Sie gerne rein. Gehen Sie mal eine Runde und dann gehen Sie wieder raus. Oder auch zwei Runden, ist gar kein Problem. Gut, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für das Feedback in der ersten Folge. Ich habe leider einen kleinen Fehler gemacht und habe das leider, ich weiß nicht wann es war, Donnerstag oder Freitag, habe ich das als eine Hofberg, als eine nordrischische Marschfolge verkauft. Es tut mir leid. Da war leider ein kleines Problem mit der Beschriftung. Gut, sei es rum. Meine Damen und Herren, wir werden heute direkt anfangen zu arbeiten, haben wir ja gesagt. Gut, und zwar werden wir uns jetzt den Drescher schnappen und werden gleich das erste Feld runterrocken, weil ich habe ja gesehen, unsere Hühner haben Hunger. Nicht nur unsere Hühner und auch unsere Kühe und so weiter. Aber wir fangen jetzt erstmal mit den Hühnern an, weil, äh, naja, warte mal. Brauchen wir gar nicht, brauchen wir gar nicht. Wir könnten doch direkt den Kühen was zu essen geben, weil wir haben ja hier, wir haben ja alles, was wir brauchen. Lass mal gucken, wie, wie bringe ich denn das hier raus, das Zeug? Irgendwie F1-Menü, mal gucken. Wie, wie kann ich hier was entnehmen? Weil hier rein kann ich nicht fahren. So, warte mal. Lagermenü öffnen, yo. Äh, auslagern, geht das? Wo kommt das hin? Es ist weg. Okay, das stelle ich hier vorne, das ist okay. Dann holen wir uns gleich nochmal die zwei Heu raus. Und dann holen wir uns gleich nochmal die zwei Silage raus. Die müssen jetzt alle hier stehen. Yo, perfekt. Guti. Das heißt, wir holen uns mal den, äh, Schneid... Ah, den Schneidwachswagen. Den Futter-Mischwagen vor. So. Abkoppeln das Ding hier. Dann fahren wir mal ein Stückchen vor. Bevor wir dann vom Händler noch den Lader holen, hat er auch gesagt. Ups, ich stoße den mal mein Mikrofon an. So. Das heißt, wir werden jetzt gleich mal eine schöne Mischration machen, damit die... Uah! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht so stürmisch, Werner. Damit die Kühe... Ja. Damit die Kühe versorgt sind, hätte ich gesagt. So. Ich hoffe, das reicht so. Komm, lass stehen. Passt. Gut. Das heißt, hier packen wir das rein. Wir müssen dann gucken, wie viel wir dann haben oder brauchen werden. Das machen wir aber dann später. So. Wie gesagt, den Schäfer habe ich euch letzte Woche... Ah, nicht letzte Woche, sondern... ...im letzten Video schon mal gezeigt. Das müsste klappen. Yo, das klappt. Für die anderen Sachen müssen wir dann nochmal hierher kommen, aber das ist ja nicht so dramatisch. Wir werden jetzt erstmal nach Hause flitzen. So, bei mir leckt das jetzt gerade so ein bisschen in der Vorschau. Ich hoffe, das ist bei euch anders. Ich muss gerade nochmal hier... Ich bin immer noch ein bisschen am rumtricksen und versuchen und machen. Und muss dann nochmal ein paar Sachen... Wobei, es kann auch sein, dass hier einfach die Map noch nicht geladen hat, weil eigentlich FPS-mäßig sieht es immer ganz gut aus. Ja. Gut. Gucken wir mal, wie es ist. Ist auch so eine kleine Testaufnahme für mich. Ich versuche nämlich gerade einen neuen Encoder. Beziehungsweise, ja. Mal gucken, wie das funktioniert. Wie gesagt, Plan. Futter mischen. Die Kühe füttern. Den Weizen runterdreschen. Damit wir gleich die Kühe und die Hühner versorgt haben. Wichtig und richtig. Weil dann haben wir nämlich auch schon vielleicht ein paar Eier. Und vielleicht haben wir dann auch schon bald die erste Milch am Hof. Sodass wir direkt in die Produktionen einsteigen können. Und wir müssen auf alle Fälle in dieser Folge das Wasser was ankuppeln. Wir müssen nämlich Wasser zum Gemüsebeet bringen, um da dann in weiterer Folge Erdbeerchen rauszubekommen für unsere Erdbeermarmeladenproduktion. Das muss ja hier vorangehen. Und das wird jetzt erstmal diese Folge füllen. Mal gucken, ob wir noch alles schaffen. Ich weiß nicht genau, aber ich sag mal so, wenn die Produktion am Hof läuft oder die Produktionen am Hof laufen, dann bin ich beruhigt oder kann ich eher aufs Feld rausfahren und ein bisschen, ne, dies und das machen. Uh, Werner, du hast etwas nicht bedacht. Wie sieht denn das aus mit der Ladehöhe? Ja, das wird nix, ne? Das wird ein Satz mit X, nämlich nix. Hm, okay, okay. Haben wir irgendwo eine kleine Rampe vielleicht? Was wir da ein bisschen nutzen könnten? Hat er nicht überlegt, Hewander, ne? Hat er nicht überlegt. Können wir das mal versuchen? Habe ich vielleicht eine Auffahrrampe, sowas bei, was ich mir fix platzieren könnte? Hm, was ist denn das? Tools vielleicht? Vielleicht? Nee. Na, daran habe ich nicht gedacht. Siehst du, so eine kleine, süße Auffahrrampe wäre noch schnuckelig. Können wir natürlich auch ein Loch im Boden reinballern, aber das ist ja auch nicht so geil. Okay, warte mal. Hm, wir versuchen das jetzt einfach mal. Ich haue jetzt mal einmal Silage rein. Wir werden das hier nur ein bisschen vorne wegpiksen, sodass wir nicht alle dran haben. Oh ne, jetzt komm schon. Also, jetzt machen wir nicht schwach, ne? Ach, höre auf. Das ist doch nicht euer Ernst. Schafft er nicht. Ist das so schwer? Wie viel Kilo hat denn das Ding? 800 Kilo! Und dann sieht das so aus. Oh, nö, Kinders. Ja, das ist ja, äh, mhm. Das ist ja anders schwierig, ne? Warte mal. Okay. Dann müssen wir mal gucken. Das habe ich mir so nicht gedacht. Hätte der einen Frontlader? Ich frage für ein Schulprojekt. Äh, wo war der? War der hier drin? Dann konfigurieren wir den einfach. Ach, jo, hier ist er. Ähm, hat der einen Frontlader? Er hat viel, aber ob er einen Frontlader hat, weiß ich nicht. Hat er. Guck mal hier. Von Hauer. Okay, dann müssen wir da nochmal eine Investition tätigen jetzt. Da wird nicht besser, ne? Von Hauer. Okay. Äh, weißt du, was wir machen? Dann stellen wir das kleine, süße Ding hier. Wir werden den brauchen können. Für die ein oder andere Palette zum Hin und Her hieven. Klein und kompakt ist der halt gut, ne? Da brauchst du, da brauchst du nicht irgendwas Größeres holen. Wir holen jetzt, wir werden jetzt gleich nochmal mit dem Renault zum Händler düsen. Äh, uns eine Frontlader-Konsole drauf basteln. Und dann werden wir, ähm, vielleicht sogar gleich den Anhänger hier vorne, der hier drin mit ist. Ah, das wäre gar nicht so verkehrt. Wisst ihr warum? Weil dann können wir gleich, äh, die anderen Aufsätze mitnehmen, die am Händler stehen. Auch nicht verkehrt. Und wenn ich dann mit dem Renault fahre, kann ich wahrscheinlich auch die großen Aufsätze nutzen. Ha! Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So machen wir's. So machen wir's. So, das ist aber ein Schalter, ne? Oh, nö, Kinders. Das wird ja spannend jetzt. So. Holen wir uns mal ganz kurz den Plattformwagen dafür. Ich weiß nicht, ob der rangeht. Ich sag's nicht, wie's ist, ne? Wir testen es mal. Alternativ hätte ich noch einen Baldenwagen im Angebot. Äh, den hätte ich, den könnte ich auch nochmal verwenden. Och, hier kommt man rein. Ejo, da kommt, der geht ran. Kann man das auch machen, ohne dass das illegal aussieht? Oh, das sieht aber tiptop aus, ne? Kannst ja nichts sagen. Da kannst ja nichts sagen. Werner, mach doch mal die Tür zu. Der zieht hier ein bisschen. Ist aber noch Sommer, ne? Aber irgendwann wird auch wieder anders werden. So, warte mal. Da muss ich jetzt mal gucken, wie die Gruppen bestellt, oder beziehungsweise belegt waren. Ähm, Hundegang. Ne, das war's nicht. Fahrzeug. So, das war ankuppeln. Bla, bla, blie, blub. Arbeit, Haspel, Teilbreite. Was fand ich alles haben hier? Meine Güte. Kran, Kamera, Spiel. Gangschaltung. So, Umschalt, links ist Kupplung. Gang hoch, Gang runter. Ja. Und Gruppe hochschalten war neun. Sehr gut. Dann machen wir die Gruppe hoch. 4H und gib ihm. Die Frage ist, wo komme ich da hin, ne? Wenn ich jetzt hier entlang ducke. Boah, der ist aber auch. Der will aber auch, ne? Der ist ein bisschen zahniger, du. Okay, das ist einfach nur so ein kleiner Schleichweg, wenn ich das richtig sehe. Okay. Aber schön gemacht, das muss man sagen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut für euch, ne? Das weiß ich jetzt gerade nicht, weil der brüllt mir hier gerade alles voll. Ah, guck mal, hier ist der Händler. Ja, herrlich. Alter, ja, ja. Vorsichtig, vorsichtig. Das Ding fällt noch auseinander, wenn du da bist, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, das schaltet nicht selber zurück, habe ich das Gefühl. Ah, wir sind ein bisschen untertourig unterwegs. Ist aber nicht so schlimm. So, warte mal. Machen wir das Blinkerding raus. Äh, ich muss hier vorne, glaube ich, in den Trigger fahren. Und dann müssen wir uns nochmal ein bisschen, äh, nicht Geld holen, aber den müssen wir konfigurieren. Äh, ne, nicht den Beckmann. Den Renault hier brauche ich konfiguriert. Und zwar brauche ich einen Frontend-Anbau. Gibt nur Hauer, dann nehmen wir auch nur Hauer. Wenn es nur Hauer gibt, dann muss ich das nehmen, was da ist. So, jetzt machen wir noch eine andere Sache. Wir gehen jetzt hier rein. Gehen nochmal hier nach hinten. Wir haben den hier, Konfiguration. Ja, ich kann kein nix dazu. Warte mal. Ach, sag mal nicht, ich habe den Hauer nicht drin. Och, ich habe den drin. 150 oder 190. Das ist immer so ein Glücksspiel, ne? Wie viele PS haben wir denn? Ich glaube, der hat wenig PS. Der hat 145. Eigentlich müsste der 150er das leicht tun. Hoffe ich zumindest. Sonst haben wir gleich hier einen Storno. Einen dicken Storno. Gibt es noch was anderes da hinten? Ach, gucke mal hier. Ja, das natürlich jetzt... 145 PS haben wir. Ist es er hier? Könnte sein, ne? Was ist denn SMS? Hier ändert sich was. Ach, nehmen wir. Haueraufnahme, Euroaufnahme. Och, Leute. Das heißt... Okay, wir brauchen die Haueraufnahme. Oder? Was ändert sich denn? Ah, vorne ändert sich das. Euroaufnahme, Haueraufnahme. Wir nehmen die Euroaufnahme. Ich habe gedacht, das ändert sich hier oben. Hier oben ändert sich aber nichts. Äh, ne, das machen wir nicht. Äh, ja. Versuchen wir das mal, ne? Sonst müssen wir es halt nochmal verkaufen und nochmal ändern, aber... Wenn die Wagen dann nicht gewinnt. So. Wirf an den Motor, Oskar. Wir müssen los. Wir können natürlich auch, um unser Pensum so ein bisschen zu erreichen, den Wagen hier mal stehen lassen. Ach komm, wir packen es drauf. Dann schaffen wir halt nicht so viel die Folge. Ist halt leider so. So. Vorsichtig. Vorsichtig. Ich habe keinen Befehl zum Ankuppeln. Das, äh... Ja, ich wollte den Wagen abkuppeln, aber wollte er nicht. Naja. Der will aber auch nicht. Das mache ich falsch. Mein Öl ist Ankuppeln, habe ich glaube ich nicht drin. Ne. Hat er nicht drin. Den will er nicht. Warum will er den nicht? Ist der zu groß? Wir müssen nochmal mit dem anderen versuchen. Hm, hm, hm. Können auch die... Aber die zwei sind Standard, ne? Weiß nicht, ob die Standards da dran gehen an das Ding hier. Power FX Pack. Wollen wir mal den Standard versuchen? Vielleicht brauche ich einfach den Standard. 150, 9000 Euro. Das ist wahrscheinlich genau das gleiche, nur anders. Ich wollte doch meinen Anhänger mal abkuppeln. Okay, der hat auf jeden Fall eine andere Aufnahme. Da zieht man schon mal. Die Frage ist nur, ob das auch funktioniert, ne? Komm schon. Fahr vor. Das passt. So, das passt aber richtig gut, ne? Okay. Ähm, das heißt, wir verkaufen das andere Ding wieder. Äh, jetzt ist nur die Frage, welcher war welcher, ne? Ich glaube, der Mod war es nicht verkaufen. So, ist noch dran. Puh, zurückgehabt. So, war das hier? Hier kann ich auch nichts ankuppeln. Okay. Was ich ankuppeln kann, war die Palettengeschichte hier. Und die Göbald-Zange kann ich wohl auch ankuppeln. Was ist mit dem hier, mit dem Zeug? Das kann ich wohl auch. Okay. Da war nur mein Bedenken, dass da vielleicht der kleine, süße Lader so ein bisschen zu klein für ist. Ich sag mal, für den Renault kann man, können wir es machen, ne? Oh, was auch richtig cool wäre, fällt mir gerade ein. Wenn wir uns so ein kleines, süßes Regal noch mit reinnehmen, ne? Gibt es ja so Regale für die ganzen Frontlader-Gerätschaften oder Anbaugeräte. Dann wäre schon cool. Muss ich sagen, das würde mir schon gefallen. So, dann flitzen wir nochmal hier rein. Das geht auch dran. Nehmen wir mit. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich so viele Aufsätze brauche, aber ihr kennt ja das Motto. Haben ist besser als brauchen. Dem her, nehmen wir mit. Aha, positiv, Werner. Können wir das auch, ne? Also, so kompakt. Ähm. Ah, das hat keine Kollision. Sehr schön. Lieb ich ja, ne? So. Dann müssen wir das einfach so machen. Hat das jetzt Kollision oder hat das keine? Warte mal, wir machen das anders. Machen wir das auf. Schieben wir es unten rein. Ah, es kommt schon. Jetzt sei kein Spielverderber. Aber ich glaube, so hält es schon. Ist ein bisschen hecklastig, das Ganze. Aber das können wir ändern. So, was brauchen wir noch? Äh, die Göbel nehmen wir auf alle Fälle mit. Die Göbelzange. Und wir nehmen uns mit, äh. Und wir nehmen uns noch mit die Palettengabel. Ich glaube, das andere Zeug können wir hier lassen. Beziehungsweise für die Schaufel muss ich mir, oder möchte ich mir vielleicht noch eine andere kaufen. Aber mit dem Fronter, da haben wir natürlich andere Möglichkeiten, ne? Das muss man mal so sagen. So. Ähm. Das machen wir runter. Dann nehmen wir jetzt noch die Gabel mit. Aber wie gesagt, die Schaufel, da müssen wir uns jetzt gleich noch was kaufen. Weil ich will da ehrlich gesagt nicht jeden Tag hierher kommen, ne? Das muss ja nicht sein. So. Das müsste Klapponinski, ja. Toll. Von den Sachen, die ich mir heute vorgenommen habe, habe ich genau nix erreicht. Geil. Das ist ja richtig gut. Aber das ist, wie es ist, ne? Das sind Sachen, die müssen gemacht werden. So. Kann, geht das? Ist das so legit? Jo. Perfekt. Machen wir noch mal ein Bändchen rum. Zack. 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 Müsste passen. So, warte mal. Die Schaufel veräußern wir jetzt nochmal ganz fix. Ähm. Die Schaufel kommt weg. Und dann der Adapter kommt auch weg. So. Und dann holen wir uns einfach jetzt eine Schaufel. Ich frage jetzt, ob ich sie brauche. Aber ich habe sie doch gern am Hof. So, die hat man gar nicht gehabt. Die wollte ich aber nicht. Also, gibt es eine andere Aufnahme? Ne. Gibt es. Das ist nur die Aufnahme, ne? Machst du nix. Den habe ich versucht. Das geht auch nicht wirklich. Ja, weißt du was? Dann nehmen wir uns doch einfach eine Schaufel. Hier. Was ist mit der hier? Oder. Oh, oh, oh. Moment, Moment. Es gibt auch Varianten. Es gibt auch Varianten. Ähm. Habe ich da eventuell. Weil. Ne. Die kannst du teilweise nämlich auch umkonfigurieren. Umkonfigurieren für den Frontlader. Aber habe ich nicht mehr drauf. Somit müssen wir ein Zonending nehmen. Kaufen. Wir wissen, das klappt. Läuft. So. Aber. Wir sind jetzt vollgepackt mit tollen Sachen. Und können endlich nach Hause fahren. Und können uns dann morgen um die Arbeit kümmern. Ja. Leider. Tut mir leid, meine Damen und Herren. Aber. Es ist ab und zu anders, wie man denkt. Aber. Ich danke trotzdem ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Morgen sehen wir uns bereits wieder. Hier auf den Frühling. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dem. Bis morgen. Macht's gut. Tschüssi. Bye-bye. Tschüssi. 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 Tschüssi.